Herzlich Willkommen zu Step-A-Robbik. Wir marschieren auf rechts am Platz. Atmen weit nach oben ein und aus. Noch zweimal. Letztes Wahlstrecke. Tipp im Wechsel mit der Fußspitze auf den Step. Arme mit. Vor. Tipp. Tipp. Arme Schulterhöhe. Vor. Vor. Hoch. Beide lang über Kopf. Komm hoch. Hoch. Jetzt entgegengesetzte Hand zum Fuß. Links und rechts. Hoch. 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 Noch mal unten kreuzen. Kopf. Vor. Vor. Vier noch mehr. Drei. Schulterhöhe. Vor. Lang. Lang. Weit öffnen. Über Kopf nach oben. Hoch. Hoch. Vier noch. Wieder entgegengesetzt. Linke Arm. Hoch. Hoch. Links. Rechts. Hände einstützen. Ferse auf den Step. Vor. Vor. Weiter im Wechsel. Die Ferse vor. Dabei stand bei immer ein bisschen mitbeugen. Genau. Arme schieben mit nach hinten weg. Rück. Rück. Weg. Schieben. Acht. Acht. Noch. Streck. Ran. Streck. Ran. Streck. Ran. Vier noch. March am Platz. Rechts. Step. Touch. Hin und her. Tipp side. Gerne. Lass die Arme mitschwingen. Vor und ran. Acht mehr. Vier noch. Zeig mit den Arme nach rechts und nach links. Hin und her. Weiter. Rechts. Links. Bring Spannung in die Arme. Davon noch die letzten acht. Zeit. 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 Vier. Füße geöffnet. Side to side. Schwingen über und hin. Zeit. Zeit. Weite Position der Füße und die Knie nach außen ziehen. Wenn wir in der Mitte beugen. Hände wechseln. Vorschieben. Links. Rechts. Vor. Vor. Über. Über. Kopf. Hoch. Lang. Hoch. Zum Step jetzt hier tief. Nach unten. Tief. 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 Füße stehen fest. Wir verlagern das Körpergewicht. Noch acht mehr. Vier noch. Zeit. Zeit. Wieder schwingen. Aufrecht. Rechts. Rechts. Links. Und nochmal im Wechsel nach vorne. Schieb. Weg. Überkopf nach oben. Lang. Hoch. Letzten. Tief zum Step. Kommt. Tief. 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 Verlagern. Vier. Drei. Schwingen. Zeit. 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 Die Arme gehen von hier jetzt Bizeps Curl vor dem Körper anwinkeln. Hoch. Hoch. Jawohl. Beine mit Leg Curl. Ferse hoch. Sieben. 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 Rücken. Rücken. Acht. Noch. Drei. Drei. In der Mitte marschieren. Rechts. Arm bleibt. Bleibt im March. Aus dem March machen wir ein Basic. Hoch. Und zieht. Hoch. Ab. Rechts. Ab. Davon noch drei. Hoch. Ab. Zwei. Ein. Tap up. Tap down. Links. Basic. Vor. Genau. Auch links noch dreimal. Basic. Zwei. Tap up. Tap down. Wir bleiben. Tap up. Tap down. Acht mehr. Ganzer Fuß immer auf den Step. Mit der Ferse zuerst den Step berühren. Vier. Drei. Zwei. Basic. Rechts. Vor. Drei. Zwei. Ein. Tap up. Tap down. Dreimal links. Basic. Vor. Hoch. Tap up. Tap down. Und bleibt wieder. Tap up. Auf vier. Bleiben. Ich drehe mich zu euch. Im Wechsel. Kneelift. Step D. Vier noch. Kneelift. Spannung im Bauch. Lecker im Wechsel. Komm. Winkelarme mit an. Hoch. Zieh. Davon repeater. Drei Mal. Drei. Drei. Sieben. Und wechseln. Noch einmal. Repeater. Leg curl. Feste Spannung Po und Bauch. Jeweils zwei noch. Wechseln. Letztes Mal. Wir marschieren rechts am Platz. Am Boden. So. Jetzt fangen wir an mit der Kombi. Erster Schritt ist ein Step Touch. Machen wir zuerst am Boden. Rechts. Links. Schritt die Hände ein. Jetzt gehen wir mit dem Step Touch oben auf den Step. Hin und her. Vorsicht. Hier können wir den Schritt nicht ganz so groß machen. Komm. Komm wieder tief. Davon noch vier. Drei. Wieder komm nach oben. Und komm nach unten. Vier. Zwei oben. Eins. Zwei. Zurück. Noch einmal. Marsch. March rechts. So. Jetzt haben wir schon reduziert. Wir brauchen das auch so bei der Kombi. Zwei oben, zwei unten. Gerade noch einmal. Arme lasst ihr jetzt mal locker. Die setzen wir gleich mit ein. Step Touch oben. Rechts. Ab. Noch einmal. Wie wir das im Warm Up hatten. Wir zeigen rechts und links. Rechts. Links. Noch einmal. Oben. Ab. Zwei davon. Rechts. Letztes Mal. March am Platz. Genau. Nächster Schritt. Wir gehen von hier aus rechts in den Mambo vor und rück. Mambo. Noch vier mehr. Rechte Seite. Drei. Zwei. Ihr macht als nächstes Triple. Wechsel links. Komm. Eins. Zwei. Den Triple üben wir gleich noch ein paar Mal. Noch vier. Drei. Zwei. Jetzt Triple. Rechts. Vor. Drei. Nur noch. Zwei. Einer. Triple. Triple. Eins. Zwei. Frei. Links. Drei schnelle Schritte am Platz. Letzter. Zweimal Mambo vor. Triple. Komm links. Triple. Noch mal rechts. Triple. Links. In den Tap Up. Tap Down. Bleib Tap Up. Vier mehr davon. Hoch. Basic. Rechtes Bein. Komm hoch. Arme schwingen mit nach vorne. Oben. Und ab. Hoch. Ab. Locker die Arme. Zweimal mehr. Anfang Step Touch. Oben. Zwei. Und ab. Noch einmal. Mambo rechts. Triple. Komm links. Jawohl. Triple Basic rechts. Vor. Arme mit. Bleib im Basic. Vier davon. Hoch. Drei. Zwei. Nochmal. Step Up. Locker. Jawohl. Bleib im Tap Up. Vier noch. Hoch. Einen Leg Curl im Wechsel. Ferse. Hoch. Zieh. Abwechselnd Leg Curl. Vier mehr. Hoch. Drei. Zwei. Einen Repeater jetzt. Weiter Single Leg Curl. Hoch. Wir haben gewechselt auf links. Drei. Zwei. March links am Platz. March. Step Touch am Boden. Zwei oben, zwei unten. Komm. Links, rechts. Noch mal. Oben, unten. Das machen wir noch zweimal. Hoch. Und tief. Letzter. Mambo linke Seite. Vor. Nur einer. Triple. Und wechsel. Triple. Leg Curl. Einen Repeater. Basic Four. Vier. Hoch. Drei. Zwei. Step Touch oben, unten, rechts. Eins. Zwei. Up. Noch einmal. Mambo rechts. Zwei Stück. Triple. Komm links. Hoch. Triple Leg Curl. Single. Hoch. Einen Repeater. Basic links. Vier mal. Hoch. Hoch. Ab. Zwei noch. Step Touch oben, links. Und ab. Noch einer davon. In den Mambo links. Zwei Stück. Triple und rechts. Single Leg Curl. Hoch. Repeater. Drei. Drei. Vier mal. Basic. Hoch. Ab. Zwei noch. Noch eine Runde. Anfang. Step Touch oben. Rechts. Links. Ab. Nochmal. Die Mambo ist immer zwei Stück. Und ran. Triple. Wechsel auf links. Jawohl. Single Leg Curl. Refeater. Basic. Vier Stück. Dann beginnt alles nochmal mit der linken Seite. Step Touch oben, unten. Hoch. Ab. Noch einmal. In den Mambo mit dem linken Bein. Zwei. Rück. Triple. Mal rechts. Single Leg Curl. Zieh. Zieh. Repeater. Und vier Basic zum Schluss. Hoch. Jetzt wird gleich alles reduziert. Ich sag alles an. Step Touch oben. Mambo rechts. Triple links. Triple Repeater Leg Curl. Jawohl. March links. March. So. Die Basics fallen weg. Es ist nur noch der Repeater. Dann sind wir auf links und kommen mit dem links Step Touch nach oben. Alles auf der linken Seite. Ein Step Touch oben und hin. Mambo. Vor. Ran. Triple. Komm rechts. Lecker. Repeater. Drei. Step Touch oben rechts. Ab. Mambos. Triple links. Repeater Leg Curl. Anfang links. Step Touch oben. In den Mambo. Vor. Drück. Triple. Und rechts. Drück. Repeater Curl. Hoch. Letztes Mal rechts. Links. Oben. Satt. Ab. Mambos rechts. Vor. Drüffel. Wechsel. Auf links. Repeater Leg Curl. Drei. Zwei. Links oben. Step Touch. Hoch. Mambo links. Vor. Rück. Drück. Und nochmal rechts. Hoch. Hoch. Letztes Mal. Repeater Leg Curl. Kommt in. Tap Up. Tap Down. Hoch. Vier noch davon. Hoch. Wir marschieren. Vier am Platz. Tap Up. Tap Down. Wieder March. Tap Up. Tap Down. Vier March. Rechts. Tap Up. Und vier March. Tap Up. Nochmal. Vier. Tap Up. March. Tap Up. So, anstatt Tap Up machen wir jetzt einen Knee Lift. Komm. Und March. Wechsel. Zwei davon. Knee. Und wechsel. Letzte Runde. Rechts. March. Komm. Links. March. Komm. Tap Up. Tip Down. Hoch. So, die March bleiben natürlich nicht so langweilig am Platz. Die gehen jetzt eine halbe Runde um den Step. Und bei dem zweiten March wieder die halbe Runde direkt zurück. Das probieren wir jetzt mal direkt aus. Wartet. Vier noch Tap Up. Drei. Zwei. Das Marschieren beginnt links herum. Komm mit mir. Vier, drei. Knee Lift. Und wieder zurück. Vier, drei. Knee Lift. Noch einmal. Komm. Knee Lift. Zurück. In den Tap Up. Tap Down. Hoch. Also wir gehen einmal kurz schnell auf die andere Seite. Schauen mal, was da so los ist. Und dann wieder zurück. Vier mehr. Hoch. Drei. Zwei. March jetzt. Auf vier. Knee Lift dort drüben. Komm zurück. Link. Knee Lift. Weiter Tap Up. Tap Down. Hoch. Zwei noch. Eine Runde um den Step. Knee Lift rechts. Zurück mit links. Knee Lift dort. Tap Up. Tap Down. Hoch. Repeater Knee Lift. Drei. Tap Up. Tap Down. Locker. Bleib hier in Bewegung. Vier March am Platz. Links. Knee Lift. Und rechts. Knee Lift. Um den Step. Komm. Links. Zurück. Rechts. Tap Up. Tap Down. Drei mehr. Machen wir noch einmal auf der linken Seite. March jetzt. Links. Knee Lift. Hoch. Zurück. Rechts. Knee Lift. Zwei. Tap Up. Repeater Knee Lift. Hoch. Hoch. Um den Step. Rechts. Knee Lift. Zurück. Knee. Zwei. Zwei. Tap Up. Tap Down. Hoch. Repeater. Drei. Links um den Step. Komm. Knee. Hoch. Zurück. Knee Lift. Zwei. Tap Up. Und einen Repeater. Wir machen von Anfang oben Step Touch. Mambo. Zwei. Triple. Wechsel links. Repeater Leg Curls. Drei. Oben Step Touch. Mambus links. Zwei davon. Und rechts. Repeater Curl. Hoch. Jetzt kommt er um den Step. Vier. In den Knee Lift. Hoch. Zurück. Knee Lift. Zwei. Tap Up. Tap Down. Repeater Knee. In Bewegung bleibe. Nochmal links um den Step. Komm. Vier. Knee. Hoch. Zurück. Knee Lift. Tap Up. Tap Down. Hoch. Und drei. Knee. Hoch. March. Rechts. So. Jetzt mal was trinken. Heute vergesse ich nicht. Und das verändern wir den zweiten Teil noch ein bisschen. Ich bleibe näher. So. Jetzt noch kurz ein bisschen. Wer wieder da ist, marschiert mit mir rechts am Platz. Atmet ein und aus. Noch zweimal. Letzter. Dann fangen wir das Ganze erst nochmal komplett von Anfang an. Ab den Step Touch. Rechts nach oben. Arme zeigen. Zeig. In den Mambo mit rechts. Vor. Düppel. Linke Seite. Vor. Lecker. Repeater. Hoch. Hoch. Oben Step Touch. Und ab. Mambo mit links. Vor. Ran. Düppel. Wechsel rechts. Und Repeater Curl. Drei. Marschiert um den Step. Vier Schritte. Vier. Drei. Knee. Zurück. Komm. Knee. Zwei. Tap up. Tap down. Repeater. Knee lift. Und um den Step. Komm. Knee lift. Hoch. Zurück. Knee lift. Tap up. Tap down. Hoch. Repeater. Knee. Bleib tap up. Tap down. Weiter. Hoch. So. Jetzt verändern wir noch die Tap ups. Und den Repeater Knee lift. Und dann ist auch der zweite Teil schon komplett. Zwei mehr noch. Ein Trippel oben auf dem Step. Trippel. Hopp. 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 Jawohl. Viermal. Hoch. Ab. Ab. Marschiert auf rechts am Platz. Arme dazu. Ein bisschen an der Seite halten. Von hier aus kreuzen wir einmal rechts vorne, einmal links vorne. Und ab. Dann umgekehrt. Links. Rechts. Ab. Nochmal. Rechts. Links. Ab. Dann links. Rechts. Wie so ein Scheibenwischer. Ab. Links. Rechts. Ab. Rechts. Links. Ab. Nur die Unterarme bewegen sich. Ab. Letztes Mal. Das muss auch gleich noch doppelt so schnell sein. Genau. Da sieht man es gar nicht mehr. So kurz mal locker lassen. So. Und machen wir mal schnell. Komm jetzt. Rechts. Links. Ab. Links. Rechts. Ab. Nochmal. Ist auch nicht so schlimm, ob jetzt der rechte oder der linke vorne ist. So. Hauptsache wir nehmen die Arme und die Schultern ein bisschen dazu. Okay. So. Tap up. Tap down. Und hoch. Viermal. Jetzt bauen wir das nach und nach zusammen. Zwei noch. Erstmal nur Triple oben. Triple rechts. Ab. Links. Ab. Zwei. Und ihr könnt die Arme mit einsetzen. Hopp. Hopp. Ab. Ab. Seid ihr dabei? Jawohl. Hoch. Noch zwei. Letzter. Repeater. Kneel. Bleib im Repeater. Im Wechsel. Komm. Noch einmal. Rechts. Und wechsel. Wir machen jetzt Knee, Lunge, Knee. Hoch. Lunge. Knee. Fahr mit. Knee. Lunge. Knee. Komm. Step. Knee. Step. Lunge. Step. Knee. Ziel ist es mit der Hand unten kurz den Step zu berühren. Hoch. Step. Hoch. Tap up. Tap down. Locker kurz mal durchatmen. Vier noch. Dann kommen die Triples. Drei. Zwei. Zweimal Triple mit den Armen. Komm. Hoch. Ab. Lunge. Und Knee. Tap up. Tap down. Vier. Drei. Zwei. Triple jetzt. Arme. Links. Und repeat. Knee. Lunge. Hoch. Weg. Tap up. Tap down. Vier. So. Der zweite Teil. Wir marschieren um den Step. Komm. Einmal Knee. Zurück. Knee. Triple mit Armen. Und ab. Knee und Lunge. Um den Step. Komm. Knee Lift. Weiter. Knee Lift mit rechts. Triple oben. Ab. Knee und Lunge. Wen das zu anstrengend ist, der bleibt einfach in den dreimal Knee Lifts. Das geht auch. So. Wir hängen alles komplett zusammen. Teil eins, Teil zwei. Ab dem ersten Teil den Step Touch oben. Arme zeigen nach rechts. Es geht los. Hoch. Innen Mambo rechts. Zwei Stück. Dann links zwei. Repeater Curts. Hoch. Noch mal oben. Step Touch links. Ab. Mambo. Swap. 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 Wechsel. Repeater Curts. Jetzt geht's um den Step. Der zweite Teil. Komm. Vier. Drei. Zwei. Knee Lift. Wechsel. Mit links. Zwei Triple oben. Ab. Repeater. Knee Lunge. Knee. Wieder um den Step. Links. und Knee Lift. Sehr gut. Rechts. Knee Lift. Triple oben. Und ab. Repeater. Lunge. Rück. Tap Up. Tap Down. Hoch. Anstrengend. Ja. Aber ich glaube, von der Kombi ist es nicht ganz so kompliziert, oder? Geht bis jetzt. War schlimm. Das stimmt. War schon schlimmer und komplizierter. Aber wir können ja mal gucken, ob ihr der dritte Teil dafür ein bisschen fordern darf. Also, mit schauen wir mal. Zwei noch. Und wieder von Anfang oben. Step Touch. Komm. Ab. In den Mambo. Links. Curl Repeater hier. Links. Step Touch oben. Mambo links. Triple und der Wechsel. Curl Repeater hier. Zweiter Teil. Wir marschieren um den Step. Vier Schritte. Knee Lift. Zurück. Im Tempo bleiben. Step Triple oben. Ab. Repeater. Niel am Schnie. Hoch. Ab. Um den Step. Knie mit links. Hoch. Jawohl. Eins, zwei, drei. Jetzt Knie. Triple. Und Repeater. Hoch. Ab. Tap up, tap down. Hoch. Machen wir noch eine Runde und dann bauen wir noch einen Teil dazu. Vier Tap up. Ich sage weniger an. Ich kann es mir aber anschauen. Step Touch oben. Mambo rechts. Dirigiere ich euch, gell? Wechsel. Kopf. Repeater Curl. Step Touch oben links. Hoch. In den Mambo. Wechsel. Kopf. Repeater Curl. Hoch. Um den Step. Komm links herum. Knee Lift. Zurück. Knee Lift. Die Triple oben jetzt. Und ab. Repeater Knee Lunge. Knee. Ab. Um den Step rechts rum. Komm hoch links. Rechts. Triple oben. Ab. Repeater Knee Lunge. Schnie. Ab. Tap up, tap down. Rechts. Gut. Komm ich wieder zu euch gesprungen. Sind wir noch aufnahmefähig? Ich denke doch. Weiter geht's. Ein Flieger. Arme, Beine vom Körper weg. Bleibt den Flieger lang. Hoch. Sieben. Strecht den Körper lang. Spannung im Rücken. Po. Hinten fest angespannt. Vier noch. Drei. Zwei. Basic rechts. Vor. Vor. Noch einmal der Flieger. Hoch. Hoch. Viermal Basic rechts nach vorne. Letztes Mal vier. Flieger. Lang. Nur noch dreimal Basic. Hoch. Hoch. Tap up, tap down. Ups, hier. Bleib im Tap up. Links. Wollt ihr gerade mal schauen, ob ihr noch macht seid. Alle noch anwesend. Hoch. Neuer Schritt. Von hier aus einen Kick nach vorne. Arme boxen entgegengesetzt mit. Vor. Vor. Weg. Vier. Drei. Zwei. Wieder tap up, tap down. Links. Wir machen viermal den Flieger. Beginnen links. Hoch. Drei. Zwei. Drei Mal Basic links. Hoch. Einen Kick. Tap up, tap down. Jawohl. Bleib im Tap up. Wieder viermal Flieger rechts. Vier. Drei. Zwei. Basic. Drei Stück. Hoch. Ab. Einen Kick zum Wechseln. Vier Flieger. Hoch. Drei Mal Basic vor. Hoch. Ab. Ab. Einen Kick. Tap up, tap down. Bleib im Tap up. Genau. Vier noch mehr. Zwei noch. Wir machen nochmal den Basic nach vorne. Bleib im Basic. Hoch, hoch, ab. Setz immer die Fersen ab. Sonst kriegen wir so sehr Krämpfe in die Waden. Kann dann vorkommen. Hoch und ab. Einmal V-Step rechts. Bleib im V. Hoch, hoch, ab. Oben geöffnet, unten geschlossen. Vier mehr. Rechts, ab. March rechts am Platz. March. Wir machen rechts einen Turnstep über den Step oben. Ganze Drehung. Zeige ich langsam. Ihr könnt von mir aus gerne schon mitmachen. Rechts in die Ecke. Links nach hinten ab. Wieder zum Step, zum Boden tief. Und schließen. Machen wir gerade nochmal langsam. Rechts. Komm, hoch, hoch, tief und Marsch. So, probier mal einen schnellen Tempo. Machen wir am Anfang zweimal Basic hoch. Und dann eine Drehung. Komm, Basic jetzt. Eins. Zwei. Dreh dich jetzt. March am Platz. Nochmal zwei Basic. Hoch. Turnstep. Und Marsch. Sehr gut. Das schaffen wir noch einmal. Wartet kurz auf den Einsatz. Vier, drei, zwei Basic. Yes. Hoch. Einen Turnstep. Kick im Vor. March links. March. Jawohl. Da haben wir gerade die Seite gewechselt. Langsame Drehung. Linkes Bein. Komm. Hoch. Hoch. March am Platz. Linker Fuß geht in die rechte Ecke. Noch einmal. Langsam. Hoch. Hoch. Ab nach Hause. March. Mit den zwei Basic davor. Link. Komm mit. Zwei. Turnstep. Dann Marsch. Am Platz. Noch einmal Basic. Zwei. Turnstep. Und March. Ab jetzt mit dem Kick. Kommt zwei Basic. Noch einer. Turnstep. Und jetzt der Kick. Tap up, tap down. Hoch. Sehr gut. Viermal Flieger. Hoch. Zwei Basic vor. Turnstep. Und der Kick. Flieger. Komm. Hoch. Hoch. Basic vor. Hoch. Ab. Turnstep. Einen Kick. Tap up, tap down. Hoch. Seitdem Tap up. Zu dem Basic nehmen wir jetzt wieder die Arme, die wir am Anfang schon mal hatten. Mit dem nach oben schwingen und ab. Machen wir gerade noch mal diesen Teil mit dem Viermal Flieger. Lang. Drei. Zwei. Basic Arme vorne lang. Hoch. Ab. Turnstep. Jetzt. In den Kick. Links beginnt der Flieger. Komm. Vier. Drei. Zwei. Die Basic vor. Turnstep. In den Kick. March recht. Genau. So. Jetzt müssen wir unseren V-Step nochmal aufgreifen. Mit rechts geht es einen V-Step nach vorne und einen nach hinten am Boden. Machen wir langsam einer oben. Hoch. Hoch. Ab. Dann entsteht ein X nach hinten. Vor. Nochmal vorne. Einer nach oben. Der zweite zurück. Das probieren wir jetzt im schnelleren Tempo. Hoch. Und rück. Nochmal. Zwei davon. Letzter. Nur noch zweimal den Flieger. Jetzt V nach vorne, hinten. Rück. Basic Arme mit. Turnstep. In den Kick. Zwei Flieger links. March links am Platz. March. Langsam hier den V. Komm. Hoch. Hoch. Nach hinten einmal. Und das probieren wir jetzt im Tempo mit links mehrmals. Vor. Und rück. Noch zwei. Letztes Mal mit links. Nach hinten. Tap up, tap down. Zwei Flieger. V vor und rück. Hoch. Nach hinten. Die Basics. Up. Turnstep. In den Kick. Zwei Flieger. V vor und rück. Zwei Basic hoch. Up. Turnstep. Kommt der Kick. Nochmal Runde links. V. Flieger. Entschuldigung. Jetzt V. Hoch. Up. Basic. Vor. Up. In den Turnstep mit Kick. Kick. March rechts. Gibt's. Aller, allerletzte Veränderung. Der V-Step wird nochmal gedreht. Das heißt, wir machen eine nach vorne. Und dann, wenn wir nach hinten gehen, machen wir den auch vorwärts und nach hinten. Probieren wir mal. Rechte Seite. Komm mit mir hoch. 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 Ab. Und dann nach hinten. Rechts. Genau. Gleicher Schritt, nur ohne Step. Tempo. Vier. Drei. Zwei. Komm nach oben. Und oben. Am Platz marschieren. Vier. Drei. Nochmal. Einmal. Komm rechts. Hoch. Turn. March. Rechts. So. Zwei Basics an Turn. Basic. Turnstep. Und ein Kick. March links. Da haben wir die Seitenwechsel. Langsam nochmal den V mit Drehung. Linke Seite. Komm hoch. 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 Links ab. Jawohl. Links weiter. March am Platz. Probieren wir direkt links im schnellen Tempo. Wartet. Vier. Drei. Jetzt geht's hoch. Tempo. Hoch. Turn. March am Platz. Vier. Noch einmal. Komm jetzt. Hoch. Ab. March am Platz. Weiter. Zwei. Basic. Hoch. Einen Turnstep links. In den Kick. Tap up. Tap down. Prima. So. Jetzt ist der dritte Teil komplett. Wir hängen alles zusammen. Es beginnt mit den zwei Fliegern. Rechts. Kopf. Hoch. Turn rechts. V. Zwei Basic. Hoch. und ab. Turnstep hier. In den Kick. Flieger links. Kopf. Hoch. V mit Drehung. Hoch. Und ab. Sehr gut. Basic links. Ab. Turnstep. Der Kick. Nochmal. Flieger. Hoch. V-Step gedreht. Rechts herum. Und Basic. Zwei. Turnstep rechts oben. Einen Kick. Flieger links. V hoch. Dreh dich. Basic jetzt. Vor. Ab. Turnstep oben. Kick. Tap up. Tap down. Im Wechsel. So. Wir stärken uns noch einmal. Und dann bauen wir alles zusammen. Ich hoffe, wir wissen die ersten beiden Teile noch. Aber ich denke doch schon. So. So. Wer wieder da ist, marschiert mit mir rechts am Platz. Fangen wir erstmal nochmal mit dem ersten Teil an. Atmet dann ein und aus nach oben. Der Step-Touch oben. Dann die Mambos. Mambos rechts. Zwei. Triple. Links. Lecker. Repeater. Mit der anderen Seite oben. Ab. In die Mambos. Vor. Rück. Und Wechsel. Rück. Repeater Curl. Bleib. Bleib. Tap up. Tap down. So. Das war der erste Teil. Weiter. Tap up. Zweite geht jetzt um den Step mit den Knee Lifts. Vier March. Komm. Knee Lift. Hoch. Zurück. Knee Lift. Triple. Oben. Ab. Knee mit Lunge. Knee Lunge. Um den Step. Knee Lift. Zurück. Tempo. Hier. Triple. Oben. Und ab. Knee mit Lunge. Sieben. Wieder Tap up. Tap down. Genau. So. Dann haben wir den zweiten Teil. Bild noch. Der letzte macht noch vier Tap ups. Dann geht es gleich in den Flieger. Zweimal. Zwei Flieger hier. Hoch. Faust turn. Hoch. Und ab. In den zwei Basic. Hoch. Ab. Oben Turn. Step. Dann kommt der Kick. Wieder Flieger. Links. Lang. Strecklich. V. Turn. Links. Basic links. Links. Turn. Step. Einen Kick. Tap up. Tap down. Hoch. Okay. So. Jetzt ohne Pause dazwischen. Teil eins, zwei und drei. Immer rechts und links hintereinander. Erster Teil oben. Step touch. Komm. Mambo. Zwei. Triple. Und wechseln. In die Leg Curl. Repeater. Hoch. Hoch. Step touch. Komm. Links. Rechts. Mambo. Mit links. Triple. Rechts. Repeater. Leg Curl. Zweiter Teil. Wir marschieren um den Step. Vier Schritte. Knee Lift. Zurück. Knee Lift. Triple. Und ab. Knee und lunge. Hoch. Tief. Um den Step. Halte Tempo. Eins, zwei, drei, vier. Knee. Zurück. Zwei, drei, vier. Triple. Oben. Ab. Und nie mit lunge. Letzter Teil. Flieger hier. Hoch. V mit der Drehung. Komm ab. Basic. Zwei Stück. Oben. Turn, dann Kick. Flieger links. Hoch. V gedreht. Links ab. Zwei Basic. Links. Turn, Step und Kick. Jawohl. Tap up. Tap down. Das war schon alles. So. Wir splitten zum Abschluss. Erster Teil rechts. Zweiter links. Dritter wieder rechts. Anfang, Step Touch. Komm. Hoch. Die Mamboos. Ich sag alles an. Anderes Bein. Curl Repeater. Jetzt marschieren wir mit links um den Step. Komm. Knee Lift. Zurück. Knee Lift. Triple oben. Hop. Up. Knee mit lunge. Hoch. Rück. Der Flieger Teil. Komm. Letzter Teil. Hoch. V. Turn. Und up. In die Basics. Nach vorne rechts. Up. Turn. Step dann der Kick. Von Anfang links. Step Touch. Die Mamboos. Zwei. Super. Nochmal. Vor. Curl Repeater. Hier. Zweiter Teil. Um den Step. Vier Schritte. Komm. Knee. Halt das Tempo. Eins. Zwei. Drei. Knee. Triple oben. Und ab. Knee lunge. Hoch. Letzter Teil. Flieger. Lang. V. Turn. Links. Up. Basic links. Up. Turn dann der Kick. Kick hier. Tap up. Tap down. Schaffen wir noch eine Runde? Ich glaube eine geht noch. Atmet doch mal kurz tief durch. Vier Tap ups. Drei. From the beginning. Here's Step Touch. Mambo. Triple. Cup. Curl Repeater. Um den Step. March. Knee lift. Zurück. Der Triple Step oben. Arme. Up. Knee lunge. Hoch. Dritter Teil. Flieger jetzt. Lang. V-Step mit Drehung. Up. Zwei Basics. Rechts. Rechts. Turnstep. Einen Kick. Letzte Runde links. Komm. Step Touch. Die Mambos. Triple. Wechsel. Curl Repeater hier. Drei. Zwei. Um den Step. Vier. Drei. Zwei. Knee lift. Hoch. Nochmal. Knee lift. Triple oben. Und ab. Knee mit Lunge. Hoch. Weg. Letzte Teil. Flieger. Lang. V-Turn. Links. Links ab. Genau. Und Basic. Ab. Dreh dich. Dann kommt der Kick zum Abschluss. Und Tap Up. Tap Down. Bleib im Tap Up. Sehr gut. Gutes Tempo, Freunde. Gell? Vier noch. Tap Up. Drei. Zwei. Tipp im Wechsel. Die Fußspitze vor. Die Arme locker. Vor. Vor. Arme dabei noch ein Stück höher. Vor. Vor. Mach die Bewegung der Arme ein bisschen kleiner. Vor. Überkopf. Atme tief ein und aus. Und marschiert rechts am Platz. Zwei. Noch. So. Wir öffnen. Schließen die Füße. Auf. Zu. Öffnen. Ran. Füße zweimal noch öffnen. Dann bleiben die geöffnet. Weit jetzt. Und Feder tief. Tief. Achtmal noch. Zieh nach außen die Knie. Halt die Arme. Öffnen. Beine gebeugt. Wir neigen. Langsam. Zieh. Ganz weit. Die Seiten richtig lang strecken. Hoch. Hoch. Pro Seite. Vier kleine. Zieh. Vier. Drei. Zwei. Und wechseln. Könnt euch leicht stützen auf dem Oberschenkel. Noch einmal. Lang. Wechseln. Halte auf der rechten Seite. Hoch. Wir strecken unser linkes Bein. Halte. Schieben den Fuß noch ein bisschen weg. Zieh uns ganz weit. Und von hier aus Richtung Step. Hintere Ferse hoch. Hüfte federt Richtung Boden. Dehnung für die Oberschenkelmuskulatur. Vorderen Bein kannst du in der Rückseite ziehen. Mit dem hinteren Bein in der Vorderseite. Halt am tiefsten Punkt kurz. Bleibe. Halte. Rücken lang nach vorne strecken. Komm zurück zur Mitte. Beide Beine gebeugt. Hände auf die Oberschenkel. Knie nach außen. Zieh den Rücken rund. Und lang. Noch einmal rund. Und strecken. Letzter. Roll dich auf nach oben. Hier nochmal die Beine beugen. Federn. Tief. Tief. Arme auf. Wir bleiben gebeugt. Neigen langsam. Links. Und rechts. Zieh. Viermal nach oben. Zieh. Wechsel. Lang. Jede Seite einmal noch. Vier. Hoch. Bleib auf der linken Seite lang. Gestreckt. Und zieh hier tief nach unten. Ferse hoch. Rechte. Kleine tief. Zieh. Tiefster Punkt halten. Bleib dort. Halte. Spür die Dehnen in der Oberschenkelmuskulatur. Dreh dich zurück nach vorne. Letztes Mal Rücken rund. Gerade. Und streck. Zieh dich rund. Lang. Wir bleiben gestreckt. Oberkörper ist ganz lang. Schulter nach hinten. Und hier im Wechsel eine Schulter tief ziehen. Tief. Zieh. Vier mehr. Schau zur Seite mit. Okay. Die Beine in der Mittelstrecken. Hände zum Step nach unten beziehen. Und so weit es geht. Tief. Spür das nochmal an der Rückseite der Oberschenkel. Halten. Die Beine schließen. Bleib so. Wir beugen mal das rechte Bein. Und bleiben mit dem linken richtig gestreckt. Den Po nach hinten oben schieben. Spür das mehr im linken Bein in der Rückseite. Und wechselt. Rechtses Bein gestreckt. Linkes gebeugt. Halten. Richtig hier. Die Dehnung spüren. Beide etwas beugen. Rollt euch langsam auf nach oben. Schulterkreis zurück. Hände nochmal nach vorne fassen. Hals und Kopf nach unten. Arme weit öffnen. Fass die Hände hinter dem Rücken. Zieh nach hinten weg. Streckt dich einmal nochmal lang nach oben. Atem ein. Und Schwung nach unten aus. Und das geschafft. Ich danke euch. Since. Einde. Untertitelung des ZDF, 2020